Hey Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft-Video! Was geht, Leute? Was geht? Leute, lasst ein Like da und lasst ein Abo da, wenn euch das Video gefällt. Wenn ihr mich so nicht abonniert habt, wäre das mega leise, wenn ihr mich abonniert, Leute. Was geht? Wir gehen erstmal zu meinem Brawl Alpha. Weil, Leute, ihr seht auch schon, da oben ist was ganz Besonderes. Und ich habe heute eine fette Idee, was ich heute mit Alpha so machen kann. So, wir laufen jetzt erstmal ins Haus hin. Und Leute, meine Stimme ist ein bisschen heißer. Ihr kennt es ja, weil wir ein bisschen erkältet sind. So, Alpha, wo bist du, Bro? Alpha! German! Alpha, Bro, was geht? Was geht? Was geht? Hast du heute schon was vor? Ähm, nein. Weil ich habe eine mega nice Idee, was wir machen können, Alpha. Was geht? Und zwar, du weißt, wir haben doch deutlich die größten Eisengolems gewacht. Ja, wir. Und ich habe die Idee, lasst mal einen riesigen Regenbogen-Golem bauen und dann die Gegend einander feinden lassen. Oh, richtig gute Idee. Ja, weil bist du dabei, Alpha? Natürlich, let's go. Okay, let's go, Alter. Und zwar, Leute, sind wir zum Game-O-Tel. Wir bauen hier zwei Super-Golems, wir wünschen die auch Ausstand und so mit Waffe und allem Mögliche, dass die feinden können. Und dann, er weckt mir die Spitzer zum Leben. Alpha, was machst du da? Und dann falle die Zeit auf den Gewinner. Hä, nein. Du wirst nicht gewinnen, Alter. Ich werde gewinnen mit meinem Golem. Du wirst gar keine Chance haben. Denk nicht. So, ich gehe dann auf meine Seite, Alpha. Bis auf deiner. Let's go. Let's go. Wow, so, ich baue jetzt erstmal die Oberrisse von dem Golem. Leute, Alter, der muss riesig sein. Der muss voll stark sein. Nein, deiner muss nicht so stark sein. Nein, deiner muss mega stark sein. Der muss sich zertrümmern. Meiner muss stark sein, sonst keiner. Meiner wird eh viel stärker sein als deiner. Was geht? Freut mich. So, Leute, ich baue jetzt mal weiter. Boah, das wird ja Ewigkeit dauern, bis man die gebaut hat. Weil, das ist gar nicht so einfach. Weil, ich weiß gar nicht. Wie sieht so ein Golem eigentlich richtig aus? Warte, ich baue mir mal einen Eisengolem. Warte, mach kurz hier ein klein. So sieht der klein aus. Okay, der Fuß sieht schon mal gut aus. Weil, Leute, das wird nicht einfach die Nacht zu bauen. So, warte, hier die Füße. Und let's go. Mit dem Programm ist es ein bisschen einfacher zu bauen. So. Woran? Hey, du Cheater. Hä, was für ein Cheater? Warte, das kennst du doch, oder? Hey, du bist ein Schummler. Hey, ich schummle gar nicht. Ich denke nicht einfach. Bin jemand zufrieden? Was? Was? Also ob? Ja, Mann. So, ich muss meinen perfektionieren dann. Und, da setze ich jetzt auch alles hin. Oh, Leute, die Füße sind ein bisschen ungerade, egal. So, der Körper wird dann ein bisschen breiter. Ach, nee, der wird das ja schmaler, genau. So, ich baue die ja auch komplett falsch, so. So, hochbauen. Na, da wurde ich schlecht. Ich weiß jetzt schon. Nee, der wird nicht schlecht, Alfa. Doch, Alter, gib auf. So, und jetzt baue ich hier die Torso weiter auf. Leute, Alter, das wird ein riesen Golem. Und der wird einfach fertig machen. Nein. Doch, natürlich hast du Angst, oder was? Du hast Angst. Du hast safe, deine Angst vor meinem Golem. Nein. Doch, 100%. Und gesetzt, Leute. Jetzt kommt er die Brust dran. Und die wird natürlich mega hoch. Let's go. Ab in die Höhe. Leute, wir sind bald gefühlt an der Baugrenze. Echt nicht? So, jetzt baue ich den Kopf einfach. Wie weit bist du mit deinem Golem? Ah, ich bin schon weit. Als ob du schon weit bist. Nein, ich bin schon so gut wie fertig. So, Leute, wir müssen echt mal ein bisschen leder machen, dass wir einfach noch besiegen können. So, hier ist deine Kopf. Und hier kommt die Nase in die fette, fette Nase. Ist echt fett. Hä, guckst du da drüber, oder was? Nein. Hey, du Schummler. Wann, es ist nicht leicht, so ein Golem zu bauen? Ja, deine Nase wie Villager. Ja, aber ich weiß, Alter, warte mal. So geht der Arm runter und fasst mich komplett nach unten, so. Und da ist die Hand. Let's go. Nice, Mann. So, Leute, jetzt sieht auch der zweite Arm von dem Ringbogen Golem. Da ist der, uha. Das sieht jetzt nicht original so aus. Der ist ein bisschen schmal geworden, aber ich glaube, der könnte ungefähr so hinkommen, glaube ich. Aber wir müssen ja auch ein bisschen ausstarten, dass er noch stärker wird. Und zwar baue ich mir da kurz mal eine Base rein. So, als Fähigkeit brauche ich dir noch Beulenspektreide rein, dass der auch einfach mega fertig machen kann. So. Warte mal, dass der auch dann so ein Herz hat. Wisst ihr, wie ich meine, Leute? Weil das ist wichtig, um den zu beschwören. Und da muss ich dann wieder zumachen, sonst kippt das alles raus. So. Wie weit ist das bei dir, Alfa? Ich schau mal. Nicht gucken. Hä? Du bist ja gar nicht weit. Was machst du denn? Warum guckst du? Ach so, Leute, beschwörst du den anders, als ich das mache, oder wie? Ja, gleich mit Kopf. Aber wie willst du den denn da beschwören, Alfa, so? Ja, gleich mit dem hier. Halt, so, warte mal. Den Kürbis brauche ich auch. Mal sehen, ob das dann klappt, Leute. So, warte mal. Ich platziere jetzt da oben die Kürbis rein. Und zwar hier auf den Kopf, so. Ganz viele. So eine Pyramide aus Kürbissen. Und, drei, zwei, eins. Let's go. Alfa, schau mal, wer gerade gespawnt ist, Alter. Mein Titan. Oh, oh. Mach mal die Wand da weg, so. Ich muss meinen Arm auch gespawnt. Warte mal, die beiden. Lass mal einen Feind machen. Ufa, gib mir mal, wie groß die beide sind. Ist so. Hey, wieso sind die gleich groß? Hey, ich weiß nicht, Alter. Die sind echt mega riesig, Alter. Joga, aber die müssen gegen einen Feind. So, kämpft mal hier. Ist so, fang an. Ja, Mann, so, warte, ich schubse mal vor ein bisschen. So. Lol, ich glaube, die sehen sich gerade, Alfa. Oh, oh. Lol, der ganze Server-Lag, glaube ich, weil die so heftig groß sind. Ja, aber auch. Oh, warte, ich warte. Der macht die Garlicks, oder was? Nein. Doch, doch, ich glaube, die kämpfen, Alter. Alter. Aber der Server-Lag, viel Zeit, der kommt gerade nicht. Da wird klar, was gerade passiert. Die sind nicht die ganze Zeit da rumlängen, Alfa. Mann, geh gerade rüber. Hey, der greift nicht an was? Jetzt greift mal einer da hin an. So, jetzt geht es, glaube ich, los. Alfa, schau mal, die fallen jetzt richtig. Aber es klingt. Ja, ich weiß, Alfa. Junge, Alter, meiner Fall ist gegen deine Leute. Das ist ja voll lecker. Ich weiß gar nicht, der Server kommt gar nicht drauf klar, was gerade hier passiert. Bist du, wer gewinnt? Ja, aber das ist doch eben, Opa-Zikel, Alfa. Oh, oh. Oh, sieh, es wird spannend, glaube ich. Wer für den Bein verliert und wer wird gewinnen? Frage ich mich auch. Bitte, meiner, los. Let's go. Komm schon. Und greif an. Nein, meiner kriegt nicht mehr Schaden. Meiner kriegt, glaube ich, auch viel Schaden rein. Nein, ich weiß es nicht. Warte, Sarah, kommt nicht drauf klar. Du bewegst dich auch kaum noch bei mir, Alfa. Lol, gerade nach dem Leck hat sich einer aufgelöst, Alfa. Hä, guck mal, wer hier ist. Hä, wer ist noch da? Warte, schau mal. Lol, deiner. Was hat so... Was hat so gesagt, meiner mit Stärke? Boah, nein, deiner hat nichts gewonnen, Leute. Aber, Leute, weil das Battle gerade nicht so lange gedauert hat und es hat ja mega geleckt. Deswegen machen wir jetzt eine Armee vom kleineren Golem. Guck mal meinen an. Lol, Alter, warte, ich präsentiere dir meine. So, zack, zack. Boah, noch mal drei, Alfa. Und der geht so schlau. Und einer ist ja viel größer wieder als meiner. Dann ist er gerade in den Schrumpf. Guck mal, der ist kleiner geworden. Oh, Alter. So, drei gegen drei. Let's go. Los, Alter, Golem. Oh, ich habe ein paar mehr gemacht. Hey, Juri, du Cheater. Ich mache jetzt auch ein paar mehr. So, jetzt gibt es Fetzerei, Alter. Lola, drohe mich die Pfanne, Alter. Die Regenbogen-Golems gehen aufeinander los. Ey, du hast wieder neu gespawnt, du Cheater. Juri, ich bin voll am Gewinn. Meine umzige jetzt deine, Alfa. So. Warum machst du mehr? Das Cheat ist nicht. Hä, du machst auch die ganze Zeit mehr, Alter. Juri, check, ich bin nur ein. Ich bin nur noch Regenbogen-Explosion. Was geht hier? Oh, guck mal, meine Armee ist am Führen. Was, Alter? Das kann doch gar nichts sein. Leute, das muss ich unterbinden. So. Wir machen alle hinten fertig. Egal, wie viele du magst. Hä, mach du doch mehr als ich, Alter. So. Nein, nein, ich warte. Ich wette, meine werden gewinnen. Meine werden gewinnen, Junge. So. Wiemals. Ich weiß gar nicht, ich bewege und werde. Oha, jetzt deine fliegen alle ins Meer raus. Meine sind stärker. Hä, deine verlieren gerade Vorläufe. Schau doch mal. Nein, 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 nein. Warte ab. Hä, guck doch auf die Dame. Ja, da ist doch einer, der kämpft ganz gut. Nein, wie viel Leben hat der, Alter? Weiß nicht. Dave, hast du gecheatet? Nein, Mann. Oh, der fliegt runter. So, Golem. Was geht? Leute, habe ich immer gesagt. Oh, da ist doch eine. Warte. Der hat uns so fertig gemacht. Weil jetzt kommt mein ganzer Squad. Jetzt kommt mein Armee. Jo, jetzt kommt wieder mein Armee, Alter. Du willst so stressen. Aber, Leute. Ich würde mal sagen, lasst gleich da. Lasst nochmal da fertig gefahren. Schau bald vorbei. Schau bald vorbei. Link ist in den Videobeschreibungen. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR